Hi! Hallo. Ich dachte, was ist mit deinem Termin? Ach, ich kann dir alles erklären. Aber nicht hier im Flur. Komm rein. Ich wollte gerade abräumen. Was ist denn jetzt mit deinem Termin? Das waren nur... Putemkinsche Dörfer. Aha! Aber du erwartest jetzt nicht von mir, dass ich das verstehe. Nervös? Ja, ich übe schon so ein bisschen für unseren Polterabend. Ich bin so froh, dich zu sehen. Magst du mir das nicht mal zeigen? Klar. Ja. 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 Ja.